Ok, also es geht, wir sind hier beim Perl Workshop und vermutlich werden wir nicht eine einzige Zeile Perl 5 Code sehen, auch nicht Perl 6, sondern es geht hier mal um eine Anwendung, weil das Teepern ist halt voll mit Libraries, Modulen oder sowas, aber es gibt eigentlich relativ wenig Anwendungen, das ist jetzt mal eine Ausnahme. Und zwar ist es ein Static Site Generator, wisst ihr ja alle, Static Site Generator, The Next Hype, jedenfalls vor 3-4 Jahren war das so, jetzt sind schon wieder die nächsten Hypes natürlich da. Und wie man sieht, wir, meine Firma, Kantanea, wir sind in Bulgarien, in Sofia und ich bin so ein bisschen Pendler zwischen den Welten, lebe also sowohl hier, weniger, eher und auch in Bulgarien. Da kommt auch der Name her, also wenn ihr euch jetzt wundert, funktioniert das? Ah, super. Ja, wieso heißt das Ding Iago da? Das kommt einfach daher, es gab früher ein Charset, das hieß KUI, nee, es gibt es noch immer, KUI 8 minus R und das war einfach so, dass die kyrillischen Zeichen da in den 8-Bit-Bereich so gemappt waren, dass wenn man das 8-Bit weggestrichen hat, dann ist praktisch die lateinische Transkription übrig geblieben. Und da lag das Q, nee, das Ja, das ist nämlich, für euch ist das ein R, nur umgedrehtes, aber in Wirklichkeit ist es natürlich ein Ja, das lag auf dem Q. Und auch für Russen, Bulgaren sieht das halt eher aus wie ein Q als wie ein R, weil es kein R gibt auf dem kyrillischen Alphabet. Aber so wird es ausgesprochen. Und das Ganze heißt Erdbeere. Und eigentlich in allen slawischen Sprachen, egal ob das bulgarisch ist oder russisch oder serbisch, ist es überall Erdbeere. Gut, wie bin ich dazu gekommen? Ich habe vor ein paar Jahren angefangen, meine Homepage und ein paar andere Webseiten neu zu machen und hatte da das Problem, brauchte ein CMS. Vorher habe ich bei einem CMS-Hersteller gearbeitet, habe mich da aber ein bisschen geärgert über die und dann wollte ich das nicht mehr benutzen und habe dann was Neues gesucht und bin dann relativ schnell auf Jekyll gestoßen. Static Side Generator, sehr beliebt und ja, wirklich, wenn man damit anfängt, denkt man echt, klasse, funktioniert alles, sehr schön, aber halt wirklich nur eine gewisse Zeit und nach einer Zeit nervt es unglaublich, weil es halt relativ unflexibel ist. Es wird immer langsamer und das soll jetzt kein Bashing sein. Das liegt auch einfach daran, an der Software selber, wofür die gedacht ist, dass die Software, die hinter Gitter-Pages steht und zum Beispiel, es gibt halt einfach relativ viele Einschränkungen, die die haben, was sie nicht machen können, wodurch die halt manchmal eben ja relativ schwer zu benutzen ist. Also wenn man guckt am Anfang, es hat zum Beispiel Paginierung, Jekyll, es gibt Rubriken, Kategorien, es gibt Tags, es gibt auch so mehr oder weniger Mehrsprachigkeit, aber eigentlich nur mehr oder weniger über ein Plugin, was nicht so hundertprozentig funktioniert, aber zum Beispiel Tags und Paginierung geht nicht, kriegt man nicht hin oder eigentlich egal, was man kombinieren will. Also es funktioniert alles einzeln, aber wenn man irgendwie was zusammen machen will, geht es nicht. Also habe ich angefangen, mir das Ding aufzubohren. Das Problem dabei wiederum ist, kein Perl, kein Python, kein JavaScript. Also die hatten halt beispielsweise mal ursprünglich einen Syntax-Highlighter, Pigments, der in Python geschrieben ist, haben das Ding für jeden Codeschnipsel auf der Kommandozeile aufgerufen über System und dann halt das Syntax-Highlighting gemacht, serverseitig. Super langsam und die Lösung davon war dann halt, dass wir irgendwann Woosh geschrieben haben, Syntax-Highlighter in Ruby, den sie halt direkt laden konnten, damit das Ganze schneller ist. Aber das war halt eine der Erfahrungen dabei, als ich das dann aufgebohrt habe, habe ich halt, ja weil ich mich so darüber geärgert habe, dass ich die ganze Zeit Ruby-Code schreiben musste und Ruby ist wirklich nicht mein Turf, also ist überhaupt nicht mein Ding, habe ich dann beschlossen, dass ich versuchen werde, das ein bisschen offener zu machen, das System. Und die Lösung war dann Inline-PM, auch wenn ich das ein bisschen aus den Augen verloren habe mittlerweile, aber prinzipiell gibt es ein Proof-of-Concept, dass man auch in Python, Ruby und Java, habe ich ausprobiert, kann man auch Plugins für Yago da schreiben. Gut, ansonsten sollte man noch ein bisschen gucken, wie sieht die Konkurrenz aus, was gibt es sonst noch an Static-Site-Generators, wenn man danach sucht. Bei Google findet man diese Seite da, staticgen.com und da sind die, weiß nicht, ersten 100 oder 200 oder sowas nach GitHub-Sternen sortiert und ja, einsame Spitze, selbstverständlich Jekyll. Ja, wie gesagt, hatte ich ausprobiert. Ja, nach einer Zeit halt gesagt, nee, das ist nichts für mich. Yugo habe ich mir auch angeguckt, unwahrscheinlich schnell, aber Problem, es ist, ja, es heißt heute opinionated, aber in Wirklichkeit ist es halt unflexibel. Man kann halt einfach, man muss es genauso machen, wie sich der Entwickler von Yugo das vorgestellt hat, dann geht das auch und wenn man da nur ganz klein bisschen von abweichen will, fällt man auf die Nase und Plugins geht schon mal gar nicht, gibt es noch nicht mal. Und das hier, ja, kenne ich ehrlich gesagt gar nicht, aber das kommt aus der JavaScript-Welt. Also da ist es natürlich 23.000 GitHub-Stars ist nichts. Das ist normal. Aber ich weiß es nicht, also das habe ich nicht ausprobiert. Es gibt natürlich auch aus dem Perl-Bereich Static-Site-Generatoren. Diese vier sind jetzt da im Moment die ersten. Plurt hatte ich mir nicht angeguckt, aber Templer und Depper hatte ich mir angeguckt. Alles nette Tools, kann man mit Sicherheit auch viel mitmachen, aber nicht die Sachen, die ich brauchte. Das ist ein Tippfehler im Perl, ne? Bitte? Das ist ein Tippfehler im Perl. Ja, ich weiß, ihr habt hier irgendwie... Ja, darum heißt es nämlich Perl. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, das sind irgendwie gesponsort, aber muss man ihm dann sagen, dass er das neu macht. Ja, und die sind auch alle, glaube ich, schon einen Tacken älter, die Tools. Gut, also habe ich mich hingesetzt, ja gut, angefangen zu schreiben und ehrlich gesagt, die erste Version, die war innerhalb von sechs Stunden fertig, weil so furchtbar kompliziert ist das nicht, was man für einen Static-Site-Generator braucht. Es ist halt mehr oder weniger ein aufgeblähtes BIN-CP. Viel mehr macht das Ding nicht. Einfach Dateien durch die Gang kopieren und vielleicht noch ein bisschen weiterverarbeiten. Klar, ich wollte es in Perl schreiben, weil es halt, also in meinem Job muss ich mittlerweile Java programmieren, muss ich, aber zu Hause würde ich mir das nicht antun, also deswegen ist es halt in Perl. Aber auf der anderen Seite habe ich halt auch einen relativ starken Background hier. Böses Wort, Node.js. Also weil ich halt relativ viel Web-Development mache und dann eigentlich auch, also ich mag den Ansatz nicht, beispielsweise, wir hatten letztens eine Applikation, das war mit Rails, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Groovy on Rails und da ist halt, irgendwie wird mit Macht alles versucht mit Java zu machen, also selbst noch, also irgendwie so Agilify.js, SAS und sowas, ist alles mit Java implementiert. Da gibt es dann so ein Plugin, das heißt Asset Pipeline und das ist, sagen wir mal, es funktioniert nicht so richtig, das Ding und ich wollte halt einfach nicht Leute, die das benutzen wollen, dazu zwingen, das genau so zu machen, wie ich mir das vorstelle. Also man muss auch nicht Node benutzen, aber ich wollte zum Beispiel die Möglichkeit haben, Node.js zu integrieren. Weil, wenn ich Node.js habe, habe ich halt, also weil Grunt, die Älteren unter euch kennen das vielleicht noch, das war mal so ein Build-Tool für JavaScript, aber ansonsten, klar, heute benutzt man halt Webpack, zwischendurch gab es halt mal Galp, Browser-Refy, Browser-Sync und solche Sachen und und die wollte ich halt alle, ja, ich wollte halt die Möglichkeit haben, die zu integrieren. Gut, jetzt haben wir die ganze Zeit über, ja schon das Erwähren, Static Side Generators, wie funktionieren die überhaupt? Also ich habe ja schon gesagt, mehr oder weniger kopiert man einfach nur Dateien durch die Gegend und zwar, ja, was man halt macht, alles, was irgendwie da rumliegt in einem Verzeichnis, wird ins Document-Root rein kopiert und das heißt, bei Jekyll, bei Yago oder auch und bei etlichen anderen Static Side Generators auch, heißt es halt Unterstrich Side, das ist ein Verzeichnis. Alles, was mit einem Unterstrich anfängt, im Top-Level-Verzeichnis, wird ignoriert. Das ist also praktisch Konvention, dass man bestimmte Sachen, ja, einfach ausschließen kann und die interessanten Sachen sind normalerweise Markdown-Dateien, das sind diese hier, die müssen nicht Markdown sein, das Entscheidende eigentlich ist, dass sie sogenannte Frontmatter haben, das heißt, das ist ein bisschen Jammel, was im Kopf der Datei drin steht, wo man Properties des Dokumentes setzen kann und, ja, man kann da prinzipiell reinschreiben, was man will, es gibt aber ein paar Konventionen, die sowohl für Jekyll als auch für Yago da gelten und diese Dateien werden halt nicht einfach nur kopiert, sondern sie werden halt erstmal durch, das ist konfigurierbar, aber man sollte sich im Moment noch daran halten, durch Template-Toolkit gejagt, da kann man also Template-Syntax expandieren und danach ist halt noch ein Markdown-Prozessor, wo man im Moment die Wahl hat zwischen Text-Markdown heißt das, glaube ich, dass die Pure-Pearl-Version, die so ein paar Schwächen hat, etwas langsam ist und das andere ist Who-Down, ich weiß nicht, ob, also es ist halt einfach schneller und in C geschrieben und ein bisschen mächtiger unterstützt halt beispielsweise GitHub-Syntax und solche Sachen, Fenced-Code-Blocks, sagt euch das was, also Backtick, Backtick, Backtick und dann die Sprache und so weiter. Gut, halt, jetzt in Medias Res, jetzt wollen wir uns das mal angucken, wie das Ganze funktioniert, jetzt muss ich die Brille aufsetzen und sagt mal Stopp da hinten in der letzten Reihe. Okay, gut. Vielleicht müssen wir vorhin anfangen, so zu lesen. So, okay, falsches Verzeichnis. Im Moment leer, jetzt machen wir hier ein verzeichnendes Mini rein und gucken uns das mal einfach an. Wenn wir hier ein bisschen Markdown schreiben, was machen wir da? Hallo, World. Also mal ein zweites Step auf. Jagoda, wenn man das startet, kommt erstmal, wie, ja, das, was ein gutes Kommandozeilen-Tool machen sollte, nämlich nichts. Es sagt halt einfach, was es so gibt. Jagoda-help, gucken wir uns mal an. Da sieht man, so wie man das heute relativ häufig gewohnt ist, von Git und so weiter. Executable, globale Optionen, Kommando, lokale Optionen. So ist das hier auch. Und Bild und Watch, das sind die wichtigsten. Die machen mehr oder weniger dasselbe. Bild baut die Zeit einmal, Watch baut sie kontinuierlich neu, sobald sich irgendwas ändert. Also das ist das Kommando, was wir jetzt brauchen. Schauen wir uns mal an. Und jetzt sieht man hier, aha, Plugins gibt es auch. Am Anfang gab es ganz viele. Die habe ich aber nach und nach eigentlich alle integriert in die Software, weil ich fand, dass man die sowieso fast immer braucht. Ja, hier starte die Site zu bauen und dann, man sieht ratenschnell, das eine Dokument hat er dann in, was weiß ich, wie viele Millisekunden gemacht. Und, ja, eine Datei wurde geändert. Jetzt wollen wir uns natürlich noch angucken, was da geändert ist. Machen wir mal. Jetzt seht ihr die einzige Software von Microsoft, die ich benutze. Hier rüber und hier kann man auch. Gut so? Okay. So, was man jetzt hier sieht, diese Datei, die haben wir eben geändert und dann gibt es eine Datei unterstrich Timestamp. Preisfrage, wieso unterstrich Timestamp? Sie wird nämlich generiert und sie soll natürlich nicht kopiert werden, sondern das ist halt, das ist Verwaltung. Das soll einfach mitkommen und dann gibt es hier dieses Verzeichnis unterstrich Zeit. Und jetzt sieht man hier und hier gleiche Datei. Das ist jetzt natürlich nicht so besonders toll. Und Visual Studio macht einem hier direkt ein Preview von den Markdown-Files. Das mache ich jetzt mal weg. Was haben wir falsch gemacht? Klar, wir hatten ja eben gesagt, das nervt jetzt aber, dass es diese Frontmatter, so heißt das, haben muss. Und jetzt machen wir das hier auch mal so. Schreiben, sagen, das hier ist der Titel und hier, hier unten sagen wir dann mal, willkommen zu. So, okay. Jetzt haben wir ein richtiges Dokument, also mit ein bisschen Markdown. Markdown, muss ich das erklären, oder ist euch das allen klar? Also wird halt in HTML umgewandelt. Und jetzt gucken wir mal, was jetzt generiert worden ist. Gar nichts, das Ding ist leer. So, dann muss man ab und zu mal halt gucken, was ist denn passiert? Aha, böser Fehler. Hier fehlt was und zwar das Template fehlt. Auch klar, wir haben halt bis jetzt nur Content gemacht, nur eine Datei, aber noch nichts zum Rendern. Und dann, das holen wir jetzt nach, wenn man hier guckt, diese Datei fehlt, Unterstrich Views, Default HTML. Also machen wir das jetzt mal hier schnell. Ich weiß nicht, wie man in Visual Studio Code eine Datei anlegt, deswegen mache ich es hier. So geht's. Okay, so jetzt haben wir hier ein Template und das ist furchtbar. Also wirklich absolut minimal. Na, wenn ich alleine bin, kann ich besser tippen. So, jetzt machen wir hier noch ein. Und. So, also prinzipiell, was wir haben wollen, ist natürlich irgendwie, ja, wir wollen. Und die Absicht nicht falsch. Hä, was? Also halt, es ist ein Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln. Äh, ja, ups. Ist ja auch ein Köln-Köln-Köln-Köln. Ja. So, besser, ne? Okay, also das ist das Gerüst. Und jetzt, also das muss ich jetzt euch wahrscheinlich nicht groß erklären, Template Toolkit kennen wahrscheinlich auch die meisten. Jetzt muss man halt noch zusehen, dass hier auch der Content noch reinkommt. Und das geht so. Und, ja, muss ich jetzt auch nicht groß erklären, glaube ich. Und normalerweise sollte man hier das Ganze durch HTML durchpipen, weil ansonsten hat das den Effekt, wenn man Markup zufällig im Content drin hat, dann wird es halt zerschossen. So, und das hier, das Gleiche, würden wir hier unten auch noch hinstellen. Ups, das ist zu viel. So, und jetzt kommt was, ja, was man jetzt zuerst sieht, sollte man jetzt vielleicht noch erwähnen. Die ganzen Variablen, also die Document Properties, die sind alle in einem Hash drin, der Asset heißt. Das ist auch ein Unterschied zu Jackal, da ist alles im Top Level drin und da hat man ein bisschen Probleme mit den Namespaces, weil man muss halt dann immer aufpassen, dass man nicht Variablen, die für Jackal speziell sind, dass man die überschreibt. Und deswegen habe ich gesagt, alles kommt in Asset rein und das ist, ja, das Herrschaftsgebiet des Users, der darf da benutzen, was er will. Außer, dass ich halt bei ein paar Sachen per Konvention da eine gewisse Semantik hinterlege. Und dann, das ist auch genauso wie bei Jackal prinzipiell, es gibt hier auch noch Asset.content und das ist der eigentliche Body des Markdown-Dokuments, das heißt also das hier. Wenn man sich das jetzt anguckt, aha, erstens, es gibt hier eine Datei index.html, das ist noch ein kleines Problem, da wollen wir sie eigentlich nicht liegen haben, weil diese Datei hier index.md schon heißt, ist das so und deswegen machen wir hier ausnahmsweise das hin. Wenn die Datei jetzt zum Beispiel news.md geheißen hätte, dann wäre sie in slash news slash index.html, was eigentlich genau das ist, was man will. Dann hat man halt eine schöne URL mit hinten, einen schönen URL mit einem Slash hinten, aber bei der Homepage, bei der Startseite will man es natürlich nicht haben. So, und jetzt sieht man hier auch schon, dass im Hintergrund ist das neu generiert worden, an der Stelle, wo man es haben will. Und jetzt ist es natürlich noch, jetzt bräuchte man einen Web-Server. Und da behelfen wir uns jetzt mal einfach und nehmen von JavaScript ein. Ne, halt, das ist falsche Document-Root, aber man sieht, es funktioniert. Und so einfach ist es. Und das ist das Grundprinzip eines Static Site Generators und die arbeiten eigentlich alle genau so. Und man wird es jetzt vielleicht bemerkt haben, Datenbank gibt es nicht. Irgendwie Dynamik im Web-Server gibt es nicht, braucht man alles nicht, existiert alles nicht. Und also alles rein statisch. Gut, gucken wir uns noch genauer an, was hier passiert. Hier habe ich jetzt versucht mal darzustellen, es ist halt nicht ganz so einfach, wie das jetzt aussah, dass man einfach ein bisschen Markdown, ein bisschen Template-Toolkit hat und dann kommt eine HTML-Seite raus. Was in Wirklichkeit passiert ist, hier habe ich Markdown mit meinem Frontmatter, einem Body, hier da drüben, das ist mein eigentliches Template. Erkennen da wieder, sieht so ungefähr genauso aus. Und das Generieren läuft eigentlich so, dass erstmal diese Frontmatter, die wird zu Properties des Dokuments, werden Variablen draus, die dann zack, zack hier interpoliert werden, da jeweils wo Asset.title steht und der Body wird zu Asset.content, kommt hier hin. Das ist die ganze Sache. So, das ist soweit, würde Jekyll eigentlich genauso funktionieren. Mir war aber halt noch wichtig, dass ich, ist das jetzt die nächste Folie? Ne, noch nicht. Dass ich, ah, Mehrsprachigkeit wollte ich haben. Dann wollte ich haben, dass ich zum Beispiel flexibel verlinken kann. Bei Jekyll und auch bei den meisten anderen Static-Site-Generatoren, die ich kenne, muss man eigentlich Links alle hart codieren. Wenn ich dann eine Datei verschiebe, das Ziel des Links, muss ich die Links nachziehen von Hand. Und all diese Sachen, die wollte ich halt in den Griff kriegen, weil für meine Zwecke brauchte ich die. Okay, so, da gucken wir uns jetzt mal an, wie das gelöst ist. Wir stoppen jetzt das hier mal. Es gibt ein Kommando noch, das heißt jag oder init. Gucken wir uns das auch nochmal kurz an. Damit kann ich aus irgendeinem Repository, das kann ein Git-Repository sein, das kann ein Verzeichnis sein, das kann ein Tabor sein oder sowas, kann ich mir praktisch ein Theme rausziehen und automatisch installieren. Es gibt da verschiedene, ja, verschiedene Syntax für. Wenn ich sage jetzt hier, jag oder init.gflor.jagoda.essential. Dann geht er zu GitHub, zieht sich das Repository und installiert das jetzt. Jetzt ist Zeit für den blöden Witz hier. Also, Web-Developer kennen das. 15% der Bandbreite im Internet ist von Netflix, der Rest von NPM. Mal gucken, sind wir fertig? Ja, so, in der Zwischenzeit ist das fertig, weil hier ist jetzt nicht so irrsinnig viel runtergeladen worden. Und jetzt sieht man hier eine Warnung. Hier steht, dieses externe Kommando, npm-run-server, wird gestartet werden. Das ist in der Definition des Teams steht drin, dass das ein Helper ist. Denn, was ich mir überlegt hatte, war, der nächste Schritt wäre jetzt gewesen, nach diesen sechs Stunden einen Web-Server zum Beispiel einzubauen in die Software. Und dann habe ich gesagt, wieso? Weil mein JavaScript-Web-Server, der funktioniert doch wunderbar. Oder wieso soll ich überhaupt jemanden dazu zwingen, meinen Web-Server zu benutzen? Es gibt auch für Perl genug Web-Server und ich kann auch einen Nginx nehmen. Also habe ich gesagt, man kann halt einfach beliebige Tools noch parallel starten. Die werden alle mitgestartet von Jagoda und dann kann man machen, was man will. Sich sein eigenes Build-Tool verwenden, seinen eigenen Web-Server. Und diese fertigen Themes zeigen einem halt ein paar Beispiele, wie man es machen kann. Wenn wir jetzt hier das nochmal starten, sieht man. Und das ist halt dann einfach, weiß nicht, geht das mit Perl überhaupt? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, das Ding, das startet einem den Web-Server direkt. Das Ganze ist mit dem Web-Socket verbunden. Das heißt, wenn ich jetzt hier, dafür muss ich, jetzt machen wir hier so mal, ja. Also ich speichere im Editor ab, die Site wird direkt upgedatet und so weiter und so weiter. Und das ist halt so der Workflow, den ich gewöhnt bin bei Web-Development. Und deswegen habe ich halt gesagt, das werde ich nicht nachprogrammieren. Das gibt es in JavaScript, die machen das viel schöner. Das muss ich nicht selber machen. Gut. So, jetzt sieht man hier schon, hier beispielsweise, es gibt ein Listing. Und das ist, ja, zum Beispiel auch wieder in Jekyll kann man genau ein Listing machen, nämlich über die ganze Zeit. Man kann also sämtliche Blog-Einträge, kann man irgendwie auflisten. Das kann man auch irgendwie paginieren, aber wirklich, es gibt nichts zu kombinieren. Und wie das bei mir gemacht ist, erst mal gerade gucken. Starten hier nochmal den Editor. Ja, jetzt machen wir es einfach so. Nein. Jetzt aber. So, gehen die Linie weg. Gucken wir uns jetzt nur ganz grob an, weil so viel Zeit haben wir nicht. Hier gibt es, also was man hier zum Beispiel jetzt sieht, es gibt noch immer dieses Default.html, das ist ein Template. Jetzt wird man sich wundern, wieso mache ich den Body vor dem Head? Das ist ein ganz einfaches Grund. Wenn man den Body vor dem Head generiert, dann kann man im Body Variablen für den Head setzen. Also der Klassiker ist der Title. Aber beispielsweise, ich kann zum Beispiel, wenn ich irgendwie ein Karussell oder eine Galerie oder sowas in meinem Body benutzen will, kann ich sagen, so und jetzt machen wir noch das CSS dafür da rein. Deswegen mache ich das halt immer so rum und gebe sie dann in umgekehrter Reihenfolge aus. Und ansonsten ist das Ganze jetzt halt einfach modularisiert, wie man das halt so normalerweise machen würde, damit das Ganze ein bisschen wiederverwendbar wird. Hier ist das Listing. Und was ist jetzt hier, wie das Ganze funktioniert? Es gibt ein Plugin, das heißt Yagoda. Das ist ein Plugin für Template Toolkit. Und das wiederum ist halt so ein bisschen die Schnittstelle zwischen Yagoda und Perl. Ich will halt nicht, dass man irgendwie Perl-Code direkt ausführen kann, aber im Grunde mal alle Funktionen, die man irgendwie braucht, sind da drin vereinigt. Und eine davon ist halt, Listings zu machen. Und das ist jetzt nicht gerade SQL, aber so ähnlich. Also ich überschreibe das jetzt hier mal einfach und sage, man könnte hier sagen, 2018 und Date.Month gleich 0,1. Und wenn jetzt alles klappt, müsste es eigentlich so sein, dass hier jetzt nur noch, sieht man, Artikel vom Januar auftauchen. Könnt ihr das sehen? So, und das geht beliebig. Ich kann das einfach, also wie gesagt, das ist jetzt nicht SQL, aber das ist eigentlich ein Plan, das Ganze mal in die In-Memory-Datenbank reinzuschmeißen, in die Daten, dass man dann auch SQL wirklich benutzen kann. Ich kann beliebige Filter da setzen. Und das heißt, ich kann die Website praktisch beliebig partitionieren. Also, wenn man sich das mal anguckt, ich könnte halt sagen, das sind meine sämtlichen Dokumente, das sind die englischen Dokumente, das sind die, wo das Property Text, das Wort Yagoda enthält. Und dann kann ich sagen, und das sind sie. Und das ist ein Listing und ein Link ist einfach nur, also genau die gleiche Funktionalität mit dem Unterschied, dass ich genau ein Dokument am Ende rauskomme, dass genau ein Dokument rauskommen soll. Und das gibt es natürlich auch, funktioniert aber exakt genauso. Was, ja, was dann, also was man vielleicht noch kurz erwähnen sollte, also Archive, Tags, Taglisten, Related Documents, funktioniert alles exakt genauso. Also, ich sage halt einfach bei den Archiven zum Beispiel, wie man jetzt eben hier gesehen hat, gibt mir exakt die Dokumente von 2017 Juni oder sowas und dann habe ich das Listing genau für diese Dokumente. Paginierung ist ein bisschen komplizierter, weil bei Paginierung habe ich natürlich das Problem, ich weiß nicht, wie viele Dokumente ich brauche. Ich brauche halt Seite 1, Seite 2, Seite 3 und so weiter. Was ich mir dafür ausgedacht hatte, war, ich nehme ein Dokument und da kann ich so eine Art Zellteilung machen mit. Das heißt, das Ding kann sich klonen, aber ich injiziere dem Clone einfach ein bisschen DNA noch und kann dann diese Informationen, also hier Title und Location, hier steht im Moment Hello und Slash Index HTML und dann überschreibe ich die. Und Location sollte man natürlich immer überschreiben, damit der Clone halt irgendwo anders liegt. Und dann muss ich nur noch sowas machen, wenn ich die Paginierung machen will, egal über welche Collections, ich fange an mit zum Beispiel Start 0, das heißt also, ich fange bei Dokument Nummer 0 an. Für den Clone sage ich, geht 10 weiter, mache Location nicht auf Slash Index HTML beispielsweise, sondern Slash Index minus irgendwas.html und das Ganze halt nur, solange noch weitere Dokumente folgen. Und schon habe ich meine Paginierung. Wenn ich das jetzt hier, Filters ist eine Variable, die heißt deswegen so, weil die Archive, die Taglisten und so weiter, alle genau das Gleiche benutzen, nur die übergeben Parameter mit den Filtern. Und dadurch ist das gleiche Modul für das Listing und für die Paginierung, was so aussieht, hier überall zu verwenden. Das, ja, das sind die Listings. Und dann, ja, hatte ich ja versprochen, Mehrsprachigkeit. Das war halt für mich besonders wichtig. Dafür müssen wir jetzt nochmal alles hier stoppen. Ich weiß, acht Minuten noch. Ne, wenn man das jetzt einfach so. Ne. So, jetzt sehen wir hier, erstens, was, das schaffen wir jetzt von der Zeit her nicht. Hier ist jetzt noch zusätzlich mit Webpack und eben diesen ganzen JavaScript-Geraffel, NPM oder JAN kann man auch benutzen, wenn man das will. Und man sieht hier, das verändert sich, weil im Hintergrund wird das jetzt alles gerade neu generiert. Kann man hier halt alle so aus dem Vollen schöpfen. Eben Lips, Sass, Uglify.js, PostCSS, CSS, Next, dieses ganze Zeug kann man alles benutzen, weil es halt einfach nur ein Aufruf ist von NPM beziehungsweise JAN, der da im Hintergrund läuft. Ich hoffe, dass sich das hier jetzt nochmal beruhigt. Er ist noch dran. Gucken wir uns in der Zwischenzeit kurz mal an. Und das ist die Jagoda-Webseite. Da gibt es halt einerseits einen Bereich News hier, wo jetzt im Moment ein bisschen was kaputt ist. Ja, wo halt typische Blogposts stehen. Einmal schreiben, nie wieder angucken. Und wenn man die übersetzen will, macht man sich dann hier ganz einfach. Man kopiert beispielsweise die englische Datei, macht eine deutsche daraus und sagt dann halt einfach, dass es das gleiche Dokument gibt in einen gemeinsamen Key und sagt dann einfach, das ist jetzt halt das Ganze auf Deutsch. Dadurch kann man halt relativ einfach solche Links machen zwischen der englischen und der deutschen Version. Das sind einfach solche Filter, wo ich dann sage, gibt mir das gleiche Dokument mit lingua.de. Das funktioniert alles relativ einfach. Bei in Templates, in Template Toolkit Templates, habe ich etwas geschrieben, das heißt Template Plugin Get Text. Kann man sich das jetzt schon angucken. Auch nicht. Schauen, wo haben wir. Ja, genau. Und das funktioniert so. Ich instanziiere das Ding, gebe ihm die Text Domain, gebe ihm die Sprache des Dokuments hier mit und danach ist das halt einfach ganz stinknormales Get Text, so wie man das kennt. Dazu gibt es auch einen Extractor, der einem die Strings da rauszieht und in eine Poddatei reinschmeißt. Das geschieht alles automatisch. Und das ist für die Templates, also für solche Texte wie hier beispielsweise den Futter oder sowas. Hier gibt es den natürlich auch. Gucken wir uns das mal kurz an. Ja, genau. Hier ist das Ganze übersetzt und hier habe ich noch einen Bug. Ja, ich weiß, woran es liegt. Gut, also das ist relativ einfach, also irgendwie auch in HTML, also irgendwie was zu interpolieren und irgendwie eine Übersetzung zu machen, das ist ja nicht so irrsinnig wild. Aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel, ja jetzt müsste ich das hier wirklich mal übersetzen. Wir hatten jetzt eben einen Vortrag über automatische Übersetzung, das kann ich auch machen. Ich kann nicht auf Deutsch übersetzen, aber ich kann auf Englisch mit schwäbischem Akzent übersetzen. So, und jetzt ist in Yago da eingebaut, alle möglichen PO-Kommandos, um das Ganze hier zu pflegen. Und das läuft da ab, das will man nicht eintippen. Deswegen ist das Ganze eingebaut und man kann das auch installieren, die Übersetzungen. und dann, wo sind wir, das muss ich jetzt nochmal neu starten, weil die Übersetzungen werden gecached. Das kriegt er nicht mit. So, und jetzt müsste das Ganze, ja, ist das Ganze auf Englisch mit schwäbischem Akzent übersetzt. Und wie ist das gemacht? Gucken wir uns die irgendeine x-beliebige deutsche Datei mal an. Beispielsweise diese hier. Und hier steht halt nichts anderes drin, als ich bin leer. Und hier, da ist der eigentliche Content drin. Und was Yago da jetzt macht, ist hier draus, aus dem eigentlichen Dokument, ich bin in der Zeit, ich schaff's noch, alle Informationen, wo sind wir hier, rauszuziehen. Das heißt also hier Frontmatter und auch den Body zu extrahieren. Was passiert ist einfach nur, dass der eigentliche Content genommen wird, wird in Abschnitte zerhackt und dann kommt sowas hierbei raus. So, das heißt, das hier zum Beispiel sind Template-Komponenten. Das haben wir eben gesehen. Die sind hier übersetzt. Das ist jetzt halt diese automatische Übersetzung. Deswegen sind relativ viele Strings die gleichen. Aber hier sieht man es hier, April und August und solche Sachen. Haben wir ihn hier drin. Dann haben wir sowas hier. Message-Kontext. Das ist einfach immer nur, wenn es Frontmatter ist. Dann setze ich automatisch als Kontext den Namen der Variablen rein. Weil da kommt es relativ häufig vor, das ist der Message-Kontext, den wir eben hatten, dass man unterschiedliche Übersetzungen haben will. Und das hier, das ist dann jetzt, wenn man schon mal versucht hat, eine Website, nicht eine Web-Applikation, sondern eine Website mit Content zu übersetzen, ist das ziemlich großes Kino. Die Nummer hier. Ich habe halt hier wirklich die englischen Strings in relativ kleinen Portionen. Und hier deutsche Übersetzung. Und das heißt, die Übersetzung der Site kommt komplett aus den PO-Dateien. Das heißt, ich kann einfach eine PO-Datei an eine Übersetzungsagentur geben. Die können damit umgehen, können die mir übersetzen. Und ich habe meine ganze Zeit übersetzt. Ich brauche denen keinen Markdown zu erklären. Naja, so ein bisschen. Und kein HTML zu geben. Das Ganze ist halt in einem Standardformat. Ich kann das auch irgendwie nach XLIF oder so was oder ICU-Message-Format übersetzen oder so was. Auf jeden Fall was, womit Übersetzer was anfangen können. Gut. So, also ich hätte noch ein paar Punkte, aber die Zeit läuft davon. Deswegen schenke ich die Punkte dem FC im Kampf gegen den Abstieg. der kann es gebrauchen. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt. Ja, ansonsten wäre Alexander Klutz da. Aber ich bin dran. Okay, dann danke ich euch für die Aufmerksamkeit. Dann recht, no? Vielen Dank.